Hey Leute, hier ist der Danny von Ocha Ocha. Heute trifft der Chris die Niki von der Whole Food Box. Das ist so eine kulinarische Überraschungsbox sozusagen. Die ganz vegane, so einen Zuckerarm und so weiter und so fort. Und heute reden sie darüber, wie wir da reingekommen sind, wie die Kooperation zustande kam. Und sie reden über das Leben als Gründer und über Ernährung. So, genau. Dann bleibt dran. Also vielleicht ganz am Anfang als Intro, ja, das ist alkoholfreies Bier und es ist sehr warm heute. Und es ist auf jeden Fall kühler als so ein Kaffee. Ja, fangen wir an. Eigentlich wie wir uns kennengelernt haben vielleicht. Also wir treffen uns ja heute zum ersten Mal. Ja, genau. Aber wir kennen uns ja über Rosa. Genau. Richtig. Ja, weil wir die Box von Rosa übernommen haben im Mai. Ja, und ich hab dich dann gefunden und fand das Produkt total cool. Und hab gedacht, okay, ich schreib dich einfach mal an, mal schauen, was passiert. Und dann hast du ja direkt gesagt, ja, du hattest mit Rosa schon mal Kontakt. Ja. Und ja, dann hat das natürlich perfekt gepasst. Ja. Also das heißt, ihr baut jetzt quasi die Box quasi von vorne nochmal komplett neu auf oder habt ihr quasi schon so ein paar Altkontakte mit übernehmen können? Also wir haben ein paar Altkontakte übernehmen können. Die Kunden müssen halt eben neu bestellen aufgrund der Datenschutz-Grundverordnung. Ach so, das heißt, ihr könnt ja keine Kunden betrugen, ne? Ja. Wow. Genau. Und ja, aber wir haben total viel Zuspruch bekommen. Wir haben jetzt die neue Insta-Seite aufgebaut. Und das wächst halt wirklich von Woche zu Woche, was halt sehr, sehr cool ist. Und wir bekommen auch total positiven Zuspruch von den Kunden. Ja. Genau. Und wie habt ihr euch mit Rosa gefunden eigentlich? Mein Mann und ich wollten tatsächlich sowas selbst gründen. Ja. Wir haben dann ein bisschen geschaut und geguckt, was gibt es so für Konkurrenz und sind dann eben auf die Whole Food Box gestoßen. Waren dann eben auch selber Abonnenten der Whole Food Box. Ja. Ja. Und irgendwann hat dann Rosa gepostet, dass sie sich zurückziehen aus dem Geschäft, dass sie die Whole Food Box verkaufen. Ja. Mein Mann und ich saßen gerade in Österreich im Urlaub und haben gesagt, okay, wir schreiben die einfach mal um. Ja. Ja, dann ging es auch alles relativ zügig und einen Monat später war die Whole Food Box dann tatsächlich. Sehr cool. Ja. Also ich glaube, persönlich finde ich es ein gutes Konzept insgesamt. Also weil ich glaube, gerade wenn man so Sachen mal testen kann, gerade bei der ganzen Flut an Sachen, die es mittlerweile gibt, auch einfach. Ja. Ist noch leer. Oh, noch. Mach ich jetzt schon mal so ein Rotschaft ein. Ja, sehr gut. Ja. Ja, jetzt reicht. Perfekt. Perfekt fertig. Genau. Perfekt. Holzwolle fertig. Ja, sehr gut. Ähm, nee, also ich persönlich finde es ein sehr gutes Konzept, dass man auch da eben Sachen mal probieren kann. Ja. Ich muss persönlich sagen, ich habe noch nie eine Box bestellt. Also weder eine Whole Food Box bei Rosa als eine selbst irgendwie. Dann wird es Zeit. Ja, ich bin wirklich jemand, der geht gerne durch den Supermarkt und guckt nach neuen Sachen. Also das ist so für mich eigentlich so, wie ich sage, andere kaufen halt irgendwie, keine Ahnung, brauchen halt wahrscheinlich 20, 30 Prozent weniger Zeit. Das ist eher so, ich laufe rum und gucke dann immer und dann habe ich auch die Möglichkeit, hinten zu lesen. Ja. Ja. Viele haben halt dazu auch keine Lust. Also viele wollen halt einfach bestellen und wollen, okay, sie ernähren sich halt zuckerfrei, weißmehlfrei, ohne Konservierungsstoffe. Und mit der Food Box haben sie halt die Möglichkeit, einfach zu bestellen und sich überraschen zu lassen. Das heißt, also wie ist jetzt euer Food Box Foto, also das heißt jetzt, wie ist euer Fokus in der Box? Also, weil ich glaube, vorher war es ja vegan und ihr macht jetzt eher, was ist euer Fokus? Also generell, die Box bleibt genauso, wie sie ist. Die Produkte sind vegan, weißmehlfrei, frei von Konservierungsstoffen, frei von Zusatzstoffen und frei von Transfettsäuren. Also wir ändern am Konzept der Box nichts. Ja, generell ist die Box ja nicht nur für Veganer gedacht, sondern einfach für alle, die auf ihre Ernährung achten, die sich gesund ernähren wollen, die neue Produkte probieren wollen. Also wir wollen eine breitere Masse halt einfach damit ansprechen, mit der Whole Food Box. Ja. Wir bauen ja immer auch gerne ein paar Learnings ein. Ja. Also Sachen, die wir auf unserem Weg lernen. Und eine Sache, die wir zum Beispiel haben, die uns ja wichtig ist, ist es ja wirklich auch eben zusatzstofffrei. Ja. Oft steht es ja immer irgendwie drauf, da steht keine Konservierungsstoffe, keine Zusatzstoffe. Dann habe ich trotzdem irgendwo, ja, Ascorbin und Zitronensäure dabei. Das wird dann irgendwie als Vitamin C verkauft. Ja, genau. Ist, glaube ich, auch nicht überall schlecht. Teilweise, und das ist ja dann gerade der wichtige Punkt, es wird halt zur Konservierung gebraucht. Ja. Alles gut. Bei uns eben dieser klare Clean-Fokus. Ja. Was jetzt für mich quasi ein Learning wäre, wäre auf jeden Fall, was sind zum Beispiel, wo ist Transfett zum Beispiel drin, wo wir nicht denken, dass Transfett drin ist. Also was wäre ein typisches Produkt, wo man sagt, das konsumiert eigentlich jeder? Oft ist es sogar in Müsli-Riegeln versteckt. Ja. Okay. Also in Müsli-Riegeln, die anscheinend, ja, zuckerfrei sind und gesund, sind oft einfach Sachen versteckt, wo man dann sagt, boah, das ist echt heftig. Ja. Und natürlich in allen, ja, Produkten, die Richtung Schokolade gehen, halt gerade diese ganzen konventionellen Sachen, da ist halt ganz, ganz viel einfach von diesen Transfett-Säuren drin. Ja. Das heißt aber quasi jetzt, aber normales Öl, pures Öl hat keine, hat das keine Transfette, kann man sagen? Es kommt drauf an. Ja. Also da kommt es tatsächlich drauf an, da muss man jedes Öl dann einzeln betrachten. Ja. Okay. Gut. Das heißt also quasi, ja gut, das heißt, ihr müsst aber viel auch vorselektieren. Ja. Also kriegt ihr eigentlich schon selber an, dass Leute euch anschreiben mittlerweile? Ja, tatsächlich schon. Wir haben jetzt schon ein paar Anfragen bekommen, wie kommen wir denn in eure Box. Ja. Wo wir den Leuten dann halt erklären und dann testen wir die Produkte natürlich erst mal und schauen dann, ob es halt auch wirklich in unsere Box passt. Ja. Ob halt einfach alles clean ist an Zusatzstoffen oder ob irgendwo ein Sirup drin ist oder doch halt irgendeine Ascorbinsäure oder was auch immer. Ja. Und es wird dann auch rigoros ausgeschlossen. Ja. Also da machen wir auch keine Ausnahmen. Ja. Okay. Das ist interessant, weil ich glaube, es gibt ja immer teilweise, es gibt schon viele Foodstubs. Ich glaube, da wird auf vielen Ebenen, glaube ich, richtig gearbeitet. Ja. Und dann hast du trotzdem halt, wo ich sage, das ist ja auch dann trotzdem der vegane Bereich, wo ich sage, du hast zwar jetzt die ganzen Beyond Burger oder Beef oder wie die alle heißen, was mittlerweile Lidl und Aldi im eigenen Angebot haben. Und trotzdem guckst du eigentlich dann hinten drauf und sagst, klar, es muss nicht immer alles gesund sein, was wir essen. Ist nicht schlimm. Trotzdem ist das im Gegensatz dieser Trend zum Sinn von, ich probiere möglichst pure Produkte zu essen, zum Beispiel mein Müsli selber zu machen oder irgendwie sagen, ich habe zum Beispiel einen Körner-Mix dabei oder irgendwie sowas. Genau. Ist dann, alles ist pur und dann habe ich aber solche Burger, die dann eigentlich, obwohl sie ja vegan sind, damit einen guten Zweck irgendwie, guten Zweck, ja, erfüllen und quasi besser für die Umwelt sind, sind die trotzdem wieder verarbeitet. Das ist eigentlich wieder schlechter für meinen Körper. Da ist ja auch nicht immer schlimm. Ich meine, wenn ich jetzt fünf Bier trinke, ist das auch nicht unbedingt das Beste, aber manchmal braucht man das, weil der Kopf braucht das. Es ist auch interessant, halt dieser gegenläufige Trend, weil ich kann viele Sachen machen und gleichzeitig sind sie dann aber viel mehr verarbeitet. Oder ich schmeiße irgendeinen anderen Stoff raus, brauche aber ein anderes Bindemittel. Also du hast eben Johannisbrotkernmehl, ist auch, glaube ich, in Ordnung. Gleichzeitig ganz ohne Bindemittel und Verdickungsmittel geht es dann teilweise einfach nicht und trotzdem ist es dann so, ja, es ist trotzdem irgendwas drin. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon interessant. Und wir bleiben halt dem Prinzipien treu. Also wir machen da auch absolut keine Ausnahme. Ja, das heißt, ihr testet auch alle Produkte vorher? Ja, selbst. Ja? Okay. Alles, was wir nicht getestet haben, kommt nicht in die Box. Okay, ich habe schon gehört, ihr fahrt sogar durchaus mal zu einer Tankstelle, um dann die Produkte zu probieren vorher. Ganz genau. Und gegen, ähm, bis Ende des Jahres quasi, oder ihr macht jetzt jeden Monat eine Box oder gibt es dann nochmal eine Weihnachtsbox? Genau, also es kommt jeden Monat eine Überraschungsbox raus, die eben als Einzel- oder Abo-Box bestellt werden kann. Und, ähm, wir werden natürlich noch mehrere Boxen rausbringen. Ein geplantes Ende des Jahres gibt natürlich ein Weihnachts-Special. Ja? Ja. Okay, sehr cool. Ähm, achso, Abo-Boxen, genau. Jetzt ist es noch nicht als Abo. Jetzt quasi erstmal eine Einzel-Box und dann baut ihr die Abo-Box auf, oder was? Nee, also generell, die, die, ihr holt Foodbox, die kann als Einzel- oder als Abo-Box bestellt werden. Wer sie halt gerne mal probieren möchte als Geschenk oder irgendwas, der kann sich halt gerne eine Einzel-Box bestellen. Ansonsten kann auch ab sofort ein Abo abgeschlossen werden. Ja. Dann bekommt ihr halt jeden Monat automatisch, Mitte des Monats, mit tollen Produkten nach Hause geschickt. Ja, sehr cool. Was ist, äh, was ist jetzt quasi euer Ziel, oder habt ihr euch Ziele gesetzt? Also so als Gründer, interessiert mich natürlich, weil was ist. Ja, gut, Ziele habt euch gesetzt, ja, aber was ist jetzt euer Ziel, sind wir heute in einem Jahr? Ja, also guck mal, wir nehmen jetzt mal den 27.8., ja, und dann schreiben wir Niki nächstes Jahr nochmal, was ist euer Ziel für 27.8.2020? Ja, unser Ziel ist es natürlich, so viele Menschen wie möglich zu begeistern für eine, ja, gesunde, vollwertige Ernährung, ja, sie dabei halt einfach zu unterstützen. Vielen fällt es halt einfach schwer, dich darauf einzulassen, wie du vorhin schon gesagt hast, in den Supermarkt zu gehen. Viele haben da halt einfach keine Lust drauf. Und es ist halt für uns einfach schön, natürlich so viele Boxen wie möglich an die Leute rauszuschicken und dann halt irgendwann in einem Jahr hoffentlich in einem großen Lager zu stehen und ja, dann lkw-weise die Whole-Food-Boxen abholen zu lassen. Aber es ist jetzt wirklich gut, ja, so mit der Arbeit zu vereinen, weil man halt sagt, man hat halt so gewisse Vorarbeit, klar, wir machen halt vier am Wochenende momentan, abends, aber damit kommen wir echt gut hin. Ja, also gerade ich, also ich denke persönlich, also als Gründer, weil ich habe ja auch aus dem Studium raus gegründet, wenn man so Sachen parallel am Anfang machen kann, dann ist das schon gut. Ja. Ich glaube, ich, also gerade wenn ihr irgendwie ein Einkommen habt, der nächste Schritt wäre ja wahrscheinlich, dass man sagt, entweder ihr reduziert beide stark oder halt einer macht es Vollzeit und der andere, weil dann kannst du dich ja, kann der andere erst mal euch zusammen durchtragen. Ja. Ich glaube, es ist auch gut und es ist ja auch das, wo es eben darum geht, das irgendwie sehr, ja, organisch wachsen zu lassen und nicht so dieses so, wow, krass, wir müssen das Ding in sechs Monaten zumachen und dann irgendwie so, dann hat man auch weniger Stress, weil man mehr Entscheidungen treffen kann, die eine Langfristigkeit angehen. Es ist ja auch einfach ein Hobby. Ja. Also es ist ja, ich annehme mich ja selber nach den Prinzipien der Box, einfach aufgrund von meinen Autoimmunkrankheiten, die mich dazu gezwungen haben, mich zu ernähren und seitdem geht es mir halt wirklich besser. Und deswegen ist es halt auch ein Hobby. Ja. Ja. Ja, klar, ja, Hobby, ich weiß nicht, also ich weiß immer nicht, ist das noch ein Hobby oder nicht, weil ich habe selber auch so, für mich ist es quasi, also für mich, für meine Ernährung ist es genau das perfekte Produkt, wo ich sage, da halt noch fünf, sechs Sorten, andere Anbieter, wo ich sage, ist auch nicht schlimm, wenn du mal was mit Stevia trinkst, bloß wir wollen halt die klare Kante halt treffen. Auch um sich später zu differenzieren, wenn immer mehr in den Markt reinkommen oder eben Aromastoff und so weiter und das so clean wie möglich zu machen, weil es dadurch auch viel transparenter wird. Also ich habe zum Beispiel jetzt von der, von der habe ich es jetzt noch nicht, aber von der neuen Abfüllung, die morgen ist, habe ich jetzt quasi auch schon die ganzen Bestandteile, wo quasi jedes, wo der Hibiskus herkommt, die Orangenschalen, die Cranberries, die Cranberries zum Beispiel, die haben mich total überrascht, wo kamen die her? Also die Orangenschalen waren auf jeden Fall irgendwie aus Ghana. Ja, okay, krass. Ja, das ist ja sehr interessant so, ne? Und ich glaube, Hibiskus war irgendwie aus der Türkei und so. Und da ist ja zum Beispiel auch das Ziel, irgendwann mal zu sagen, okay, gut, fange ich nicht an, das dann irgendwann mal selber zu mischen. Da will ich nicht die, alles, was aus Deutschland geht, irgendwie zu holen. Also einen Apfel, Erdbeeren hätte ich schon mal. Damit habe ich irgendwie auch schon, ja, 35 Prozent des Grundbestandteils selber besorgt. Und alle solche Sachen, Hibiskus kriege ich, glaube ich, sogar auch noch in Deutschland, Lemongrass etc. so weiter nicht. Aber ich sage mal, dann guckt man eben, ist es wirklich besser, Zitronen- und Orangenschalen aus Spanien zu kriegen oder kann ich die jedenfalls so aus Afrika holen? Also weil die halt selber getrocknet sind. Ja, das ist ganz interessant und das ist für uns halt wichtig. Aber was ja ich sagen wollte, ist, dass mit diesen Unverträglichkeiten etc. Ich habe das früher da so ein Studium auch mit Kumpels gehabt, gerade wenn der Stress anliegt und so, Leute dann sagen, boah, keine Zeit. Und dann so, boah, ich gönne mir eine Pizza abends. Und dann sagst du, Leute, die immer gesagt haben, ey Chris, warum ernährst du dich? Also ich glaube, ich erinnere mich nicht, ich bin jetzt kein Missionar, was Ernährung angeht, aber ich glaube, für einen Standarddeutschen ernähre ich mich, glaube ich, schon ziemlich gesund und ausgewogen und gucke drauf und eben auch so Sachen. Und ich habe schon Sachen dann teilweise gar kein Brokkoli gekauft, weil ich gesagt habe, eigentlich will ich Bio, aber der Bio ist in Plastik und der andere. Dann habe ich geguckt, was ich sonst essen kann, da was irgendwie lose ist oder so. Oder probiere ich, möglichst auf den Biomarkt einkaufen zu gehen und so. Und wo dann Leute eben aber gesagt haben, warum ernährst du dich dann so gesund oder warum investierst du da trotzdem so viel Zeit rein? Wir haben ja so wenig Zeit. Aber ich sage ja trotzdem, am Ende des Tages muss ich ja irgendwie performen und brauche das quasi für meinen Körper und quasi das geht, ja, mein Körper ist meine Maschine. Und wenn ich da schlechtes Öl reintue und schlechten Sprit, dann kann da auch nicht richtig was rauskommen. Ich glaube, man kann einfach besser denken und besser, man fühlt sich besser, wenn man sich probiert, gesünder zu ernähren. Dass man mal sündigt und so, das ist alles in Ordnung. Und ich glaube, es geht einfach um die Alternativen, weil... Auf jeden Fall, ja. Gerade eben auch was Getränke angeht, das ist zum Beispiel auch so ein Ding oder auch selbst so Schokoriegel, jeder der probiert abzunehmen, auch mit Kindern und so weiter. Ich bin durch den ganzen Supermarkt durch oder vorher schon 5000 Mal im Kiosk vorbei da und wir haben eine Radeltour gemacht und dann irgendwie, das Kind wurde 5000 Mal gesagt, nee, kein Eis kann nicht. Und dann stehst du irgendwie an dieser Kasse und es stehen nur Süßigkeiten. Was willst du denn machen? Also irgendwann wird der Mensch halt schwach und da musst du schon extrem stark sein oder extrem wollen, dass du irgendwie abnimmst oder irgendwie was oder das Nee, dass du da einfach sagst, so okay, ne? Und das ist dann einfach hart und... Oder du hast eine Allergie. Genau. Dann fällt es einem Fünft. Das ist halt wirklich das, warum es mir so leicht fällt halt auch. Ja. Ja, man muss ganz anders gucken, ne? Ja. Also, Niki, dann vielen Dank, dass du die Tee selber abgeholt hast in Augsburg. Das ist bei uns manchmal noch ein bisschen schwer da mit der Lieferung, etc. Cool, dass das mit dem Interview geklappt hat. Und ja, wir wünschen dir wirklich viel Erfolg mit der Box, dass das gut anläuft. Und ja, ansonsten... Gut, wir waren jetzt schon in der Box drin. Die nächste Box kommt im Oktober. Werden wir auf der Webseite vorbeigucken, abonnieren. Also die Box, ja. Und ansonsten unseren Kanal abonnieren, liken, kommentieren. Und danke, Danny, hinter der Kamera. Ja. Ja, das war's.